Hallo, herzlich willkommen beim Rhein-Caravaning, Ihrem Carthago Center West, hier in Altenhofen bei Aachen. Es ist wieder einmal soweit. Wir feiern Geburtstag, aber Sie bekommen die Geschenke. Wir feiern zwar dieses Jahr unseren Geburtstag ein wenig später, aber das Geburtstagspaket, welches wir für Sie geschürt haben, hat es wirklich in sich und kann sich sehen lassen. So haben wir für die Baureihen Malibu Reisenmobil, C-Kompaktlein, C-Tourer und C-Line ein Geburtstagspaket geschürt im Wert von 6.500 Euro. Dieses Geburtstagspaket beinhaltet eine Markise, eine vollautomatische Satellitenanlage, Solaranlage und selbstverständlich einem TV-Gerät. Das Geburtstagspaket ist gültig für alle Bestandsfahrzeuge, die sich auf unserem Hof befinden, des Modelljahres 2019 und des Modelljahres 2020. Für die Fahrzeuge E-Line S-Plus und Leiner Fatou haben wir ein individuelles Geburtstagspaket für Sie geschürt. Sie können für 7.500 Euro Sonderzubehör aus unserem Sortiment wählen und zahlen dafür keinen Cent. Natürlich ist jede Geburtstagsparty irgendwann einmal zu Ende und so ist auch dieses Paket zeitlich begrenzt. Also beeilen Sie sich, es lohnt sich. Weitere Informationen zu diesem Geburtstagspaket erhalten Sie unter www.kartago-center.de oder auf unserer Facebook-Seite unter Marein Caravaning. Sollte Ihnen der Beitrag gefallen haben, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Tschüss, wir sehen uns. Ihr Andreas Marein